Hallo meine Lieben und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von SOMA. So, die Wauwauwau, die verfolgt uns hier gerade. Sie teilt uns die ganze Zeit mit, dass wir verschwinden sollen, dass wir doof sind, dass wir sie aufhalten sollen, dass wir sie nicht aufhalten sollen. Also sie ist ziemlich verwirrt, würde ich sagen. Und wir gehen jetzt hier in den Lagerraum hinein und ich habe keine Ahnung, was wir hier eigentlich tun. Aber wir gucken uns anscheinend Fische an. Yay, Fische, gruselige Fische mit dem Gel verseucht. So, meine lieben Leute, was zur Hölle mache ich denn jetzt eigentlich hier? Ich bräuchte so eine coole Batterie, aber ob ich die hier finde, das weiß ich nicht. Bist du eine Batterie? Du siehst ziemlich batterierig aus. Kann ich irgendwas mit dir machen? Scheinbar nicht, ne? Hm. Soviel also zu diesem Thema. Ich hätte jetzt eigentlich angenommen, dass ich hier irgendwas rauszupfeln kann und mir vielleicht da was ruhigen kann. Aber scheinbar funktioniert das nicht. Also dieses Laboratorium war anscheinend nur für die Optik da oder so. Ich habe keine Ahnung. Also komischerweise finde ich hier nämlich gar nichts, außer beunruhigende Geräusche und Hintergrundmusik. Okay. Okay. Dann würde ich mal sagen, ich gucke nochmal vorsichtshalber. Vielleicht habe ich hier was übersehen. Wir sollen... Ich weiß nicht. Hier geht halt auch nichts auf, ne? Hm. Okay. Ja, dann lasse ich mal diesen... Dieses Ding, dieses Ding sein. Wenn hier halt nichts geht, dann geht halt nichts. Also müssen wir unsere Suche wohl oder überfortsetzen. Hallo, Bau. Komm mir nicht schon wieder... Was willst du, Mann? Du kommst ja andauernd rein. Ist dir nicht mal langsam langweilig? Hast du sonst nichts zu tun? Okay. Huch. Ich mag diesen Verschluss immer nicht so. Es klingt immer so endgültig, so eingesperrt für immer. Hallo. Kann mir jemand weiterhelfen? Ich habe mich verlaufen. Oh. Hey, Andrea. Ja. Ich war mit Cameron über Proteinsolumisierung. Wollt ihr, dass wir das Aggregate- und Strukturgel verhören, ohne die Konfiguration zu verhören? Jesus. Das war ein Mouthful. Du hast es gehört, Cameron, das ist sicher. Was willst du, Raleigh? Kannst du mich verhören, um zu versuchen, das herauszufinden? Ich habe die Römer, auch. Ich weiß nicht, was ich glauben. Oh, ich weiß. Alles, von der Schnittsignal-Aplifizierung in Blackboxes, bis zu haben, dass ein komatose Dr. Ross verhörtert in den Glas-Jar verhörtert. Wir sind alle ein bisschen schrecklich. Tell me about it. Es fühlt sich, dass meine Kopfhörer um zu explodieren. Hypothetically speaking, können wir die Wow nicht verhörteren? Es funktioniert nicht so. Selbst wenn es ein Sight-Alpha gibt? Hypothetically speaking, ich glaube, wir könnten versuchen... Raleigh? Du schaffst das? Entschuldigung. Okay, also ich glaube mal, die Riley... Riley, das war diejenige, die dort in diesem Anzug, glaube ich, auch festsach, wollte hier auch die Wow aufhalten. Geklappt hat das ja scheinbar nicht so gut. Und irgendwas mit dem Standort Alpha, den haben wir jetzt schon zum zweiten Mal vernommen. Der soll irgendwie mega, mega, ähm... Ja, äh... Geheim sein, irgendwie. Jedenfalls hatte ich bisher so das Gefühl. Okay. Hallo. Aua. Ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Alles ist gut. Gehen wir einfach mal hier weiter. Hoffen wir, dass uns nichts entgegenkommt. Es wäre jedenfalls sehr schön, wenn wir endlich mal etwas schaffen würden, ohne dass wir direkt verfolgt werden. Aber vielleicht ist das nur reines Wunschdenken. Was ist gruselig hier, ey? Ich weiß nicht. Allein diese Geräuschkulisse macht mich schon ganz kirre. Okay. Hier, also im oberen Bereich, sind auch noch... Dieser Zugang ist komplett versperrt. Hier ist was versperrt. Im unteren Bereich sind die auch noch. Warte mal. Wir sind im Oberbereich. Lockdown aufheben. Na, dann mal los. Okay. Das ging schnell und eigentlich ganz gut. Alles klar, dann einfach mal weiter. So viel Schlimmes kann ja hoffentlich erst mal nicht mehr passieren. Äh. Schon wieder jemand hier völlig kopflos. Meine Güte, muss denn das sein? Verdammte Axt. Sobald der Kopf irgendwie nicht mehr dran ist oder das beschädigt zu sein scheint, empfangen wir auch gar nichts mehr. So. Nicht zugestellter Bericht 1. Johann Ross was found dead on the Climber this morning. The Arc team went down a couple of days ago, but I see no reason to suspect them playing a part in his death. The Climber can't be operated from the Abyss, so there was a scheduled retrieval. The Climber returned with only a lifeless body of Alpha member, Johann Ross. No traces of the Arc team. Cameron, Eames, Lansky. All studying the body inside containment. I'll follow up with whatever they find. Delenda S. The WoW has been getting more aggressive, pushing all systems to their limits. Ironically, the dead Dr. Johann Ross would be the perfect person to ask why the WoW is making such a big buzz about his passing. After all, the WoW isn't supposed to want anything, and definitely not to mourn people. The system overload affects the staff considerably. Headaches, loss of sleep, or more rigid stress. And it seems to be getting worse. I could use some advice, if you can get through. Delenda S. Things are out of hand. The staff looks like they're about to explode. Every other person walks around with nosebleeds, and the rest keep wiping stains of blood from their eyes to keep them from overflowing. That's to do with the WoW trying to free Ross somehow, for sure. At this point, I wouldn't be surprised if the body just got up and left. Rally Herber, our dispatcher, has been snooping around asking questions she shouldn't. She says she's going down into the Abyss to find Alpha. I can't bring myself to stop her. Oh je. Linkenverbindung nicht herstellbar. Nachricht nicht gesendet. Okay, das waren die Aufzeichnungen. Dokumente haben wir auch noch. Tau Evakuierung. Am 13. September gab Vic O'Clair der Besatzung von Tau den Befehl zur Evakuierung nach oben zum Plateau. Zusammen mit dem Ingenieur Alan Waldeck ging ich den Abgrund hinab, um bei der Evakuierung zu helfen. Protokollgemäß warteten wir 140 Minuten lang bei der Aufzugsplattform und unternahmen mehrere Versuche, Tau zu kontaktieren. Ich beschloss, mich dem Standort zu nähern, um sie abzufangen. Zu diesem Zeitpunkt fingen die Orientierungslichter zu flackern an. Kurz darauf war der gesamte Weg abgeschaltet. Und Omega Abschnitt von der Dunkelheit verschluckt. Mit einem Flutlichtstrahler stieß ich weiter vor, bis ich über den Kurzstreckenfunk Schreie hörte. Das setzte sich sofort, wobei das Signal immer wieder abbrach. Als ich mich eilig näherte, um Untersuchungen anzustellen, fand ich den zerfleischten Leichnam der Außendienstmitarbeiterin Espinosa. Etwas Großes hatte sie fast in zwei Teile gerissen. Als ich die Wichtigkeit der Rettung Tau bzw. Ross abwog, hörte ich über das Funkgerät, wie Espinosas Kollegen abgeschlachtet wurden. Da ich keinerlei Möglichkeiten zur Situationsverbesserung sah, eilte ich zurück zur Aufzugsplattform und überließ die Leute in Tau ihrem Schicksal. Tau Mit etwas Glück hat es Ross zurück zu Tau geschafft und kann seine Arbeit in Alpha fortsetzen. Zur Vermeidung weiterer Störungen habe ich beschlossen, die Evakuierung als völlig gescheitert zu berichten. Ich hoffe, Täter durch von weiteren Versuchen abzuschrecken. Die Managerin von Omikron, Claudia Imes hat bereits angeordnet, dass die Aufzugsplattform vorerst beim Plateau zu bleiben hat. Mein Bericht über die wilden Tiere hat einen so viel Angst eingejagt, dass sogar Waldek und Darby aufgehört haben, die Luma-Sonden zu warten. Gut, dass Golasky nicht am Standort ist, denn ich glaube nicht, dass er dem zugestimmt hätte. Die Einschränkungen fielen etwas strenger aus, als ich erwartet hätte, aber ich werde damit klarkommen, solange Ross in Ruhe allein mit der Vau arbeiten kann. Cartage, Julia, Johan Ross, Mark Serring. Okay. Dieses Labor kenne ich, glaube ich, sogar noch. Das ist das von Catherine, oder? Oder es sieht jedenfalls so ähnlich aus. Nee, das ist ja alles wahrscheinlich in Omikron. Interessante Bilder auf jeden Fall. Und das wird sie wohl gewesen sein. Alles klar. Ich weiß nicht, ob sie das hier war. Ich glaube eher nicht. Aber schon sehr interessant. Also langsam, aber sicher, muss ich auch ehrlich gestehen, sehe ich bei der Story auch nicht mehr hundertprozentig durch. Also ich weiß, dass die Vau sich mehr oder weniger selbstständig anscheinend gemacht hat und vielleicht das Überleben der Menschen so retten wollte, indem es ja, sie oder ihr Gedächtnis eher gesagt in oh, Nudeln ihr Gedächtnis in die Computer transferiert hat in die Maschinen eher gesagt und vielleicht wollte es so einfach das unausweichliche Schicksal ja irgendwie austricksen, vermeiden aber warum also ich denke mal alles, was nicht diesen diesen Vau-Vorlagen entspricht wie jetzt auch zum Beispiel hier ähm das wird dann gejagt und zerstört vielleicht auch weil es eine Bedrohung weil wir vielleicht als solches als als nicht einer nicht nicht angehörig dieser speziellen Spezies ähm eventuell schlicht und ergreifend einfach ähm ja als Bedrohung angesehen werden oh holy wieso wieso immer ich wieso ist das so warum hat es hier gespeichert ich mag es nicht wenn es speichert das heißt irgendwas hässliches wird passieren oh mein Gott oh mein Gott okay ruhig bleiben ruhig bleiben wieso ist denn hier eigentlich nichts ich finde hier absolut nichts ey das nervt mich so erstmal zugemacht der sieht noch ziemlich lebendig aus um ehrlich zu sein der sieht ziemlich merkwürdig aus hallo oh mein Gott oh mein Gott da ist so ein Vieh der steht da aber nur rum ne ach herrje 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 das wird ja lustig werden hier kann ich nichts machen okay das ist noch zu kann ich hier irgendwie die Luke anheben nein scheinbar nicht okay alles klar ich denke mal ich muss das hier jetzt ins dunkle bringen glaube ich jedenfalls aber äh ja toll hier wo eigentlich so ein Powerpack gewesen wäre ist nichts okay dunkel wurde es von allein toll oh god damn it okay was auch immer du bist bitte lass mich einfach in Ruhe was mach ich denn jetzt hier am dümmsten ich muss da hinten hin aber das Vieh steht da rum verdammte Axt ey ich weiß nicht ob das noch menschlich ist ich hab keine Ahnung das Vieh ist auf jeden Fall eines mega aggro okay was mach ich denn da jetzt am geschicktesten wie lenke ich denn dieses Teil ab ich kann ja da nicht wahrscheinlich einfach vor dem Weg laufen das würde ja bestimmt nicht funktionieren oder kann ich dich hier irgendwie abkopseln sodass hier irgendwas passiert dass das Vieh einmal richtig ausrastet oder so ich hab keine Ahnung was ich hier tun soll oi 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 und das geht natürlich nicht ne nein das geht natürlich nicht okay also ich denke mal ich muss es durch ein Geräusch ablenken würde ich jetzt einfach mal schlicht und ergreifend behaupten oder ich schleiche mich einfach dran vorbei ich hab keine Ahnung Gott das hört sich so widerlich an dieses Ding aber da kann ich mich doch nicht vorbeischleichen was war das was war das das war ich nicht das war ich nicht ich hab das nicht umgeschmissen ich versuch's mal einfach indem ich da hinten was hinwerfe na toll das hat ja das hat ja mal gar nichts boah was das Vieh macht mir Angst und ich komm da irgendwie nicht vorbei verdammte Angst das Ding rastet voll aus ach du scheiße wo ist das Vieh was bringt mir dieses Ding jetzt bringt mir das überhaupt was ist das jetzt meine Batterie die ich brauchte hab ich jetzt irgendwas geschafft hab ich jetzt was eingesackt ich hab keine Ahnung ich hab keine Ahnung ich geh einfach tschüssi tschüss mach's gut wir hören uns später wieder also ich glaube ich hab jetzt einfach die Batterie keine Ahnung ich schätze ich hab oh nein was zur gottverfluchten Hölle war das vergifte die Quelle was für ne Quelle oh hallo 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 tote Menschen sind mir immer noch lieber als durchgeknallte Computerse okay vielleicht doch nicht hab mich geirrt ist nicht besser hier hör ich wieder nichts okay hör ich denn bei euch was nein hier müsste ich was werden oder nein oh je nur ein statisches rauschen ich hab jetzt keine Ahnung ob ich jetzt wirklich die Batterie am Start habe oder ob das einfach irgendwas anderes war so nein bei dem nicht nochmal hm äh hier komm ich nicht so wirklich durch ne das ist das ist natürlich Schrott muss ich hier irgendwas einsetzen um da durchzukommen ich glaube nicht das sieht nämlich alles nur irgendwie eklig aus da komm ich auch nicht durch toll und was mach ich jetzt hat jemand einen Schlüssel dabei zufällig hallo werte Freunde sie haben nicht zufällig einen Schlüssel am Start ich weiß jetzt gar nicht ob ich das richtig gemacht habe dass ich da jetzt direkt wieder rausgerannt bin aber eigentlich hab ich doch ja jetzt meine Batterie oder nicht ich hab keinen Plan um ehrlich zu sein hab ich einfach keine Ahnung was ich hier treibe dass dieses ich glaube das war das war diese Dame das war die also es hat sich jedenfalls sehr weiblich angehört meiner Meinung nach äh 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 da fehlt jemand das nenne ich jetzt oh cool hallo da fehlt jemand wo ist denn der oder diejenige hin wenn ich das erfahren dürfte oh ich hasse es was brauchte ich noch ich brauchte äh diese Struktur gehen eine Batterie und noch irgendwas so das ist genau die unterste Etage hier müsste ich jetzt den letzten Lockdown aufheben weiße eins okay das müsste eigentlich meine letzte Station hier sein hallo 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 also hier sieht es doch mal bedeutend freundlicher aus ich weiß von nicht ob mir ob mir dieses Ding was da oben jetzt aufgestanden ist und nicht mehr da ist nochmal in den Hintern beißen wird oder ob ich da vielleicht Glück habe aber ich denke es wird mir nochmal in den Hintern beißen ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf aber das meine lieben Freunde das erleben wir dann also zuerst in der nächsten Folge von Soma ich hoffe ihr freut euch ich mich auf jeden Fall und bis dahin sage ich ciao 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 Vielen Dank.